Dominik hier, moin. Hier wieder eine Folge von idomics IT-Support. Eure Fragen beantwortet von mir in Videos. Im letzten Video ging es ja darum, wie installiere ich Java auf meinem Mac und wie aktiviere ich im Browser das Plugin. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, da kam auch schon die Anleitung und die Frage, wie deinstalliere ich das Ganze? Wie kann ich Java von meinem Mac aus Sicherheitsgründen entfernen, ohne dass Reste überbleiben? Auf idomics.de hat ein Zuschauer, ich nenne ihn einfach mal Nitro, eine tolle Anleitung gepostet, nach der würde ich auch fast vorgehen. Zunächst aber mal die Lite-Variante. Ich habe ja hier auf meinem Mac Java installiert, wie in dem letzten Video idomics IT-Support gezeigt. Und möchte Java für Programme, für Spiele nutzen, aber nicht in den von mir installierten Browsern, wie beispielsweise Safari. Um eben den Sicherheitsaspekt Internet zu berücksichtigen, möchte ich, dass Java in meinen Browsern deaktiviert ist. Dann gehe ich erstmal in meinen Safari-Einstellungen und erlaube hier kein Java mehr und deaktiviere es hier mit dem Haken im Reiter Sicherheit Java erlauben. Das ist Schritt 1. Wie das in eurem Browser geht, zum Beispiel Google Chrome oder Firefox, bitte schaut danach, oder Google kurz danach. Ich habe es jetzt einmal im Standard-Safari-Browser gezeigt. Zudem geht ihr einmal in die Systemsteuerung und findet hier unter Sonstiges ja euren Punkt Java. Dann wird das Java-Control-Panel geöffnet und im Reiter Sicherheit nehmt ihr den Haken Java-Content im Browser aktivieren raus. Damit wird vom Java-Control-Panel das schon auf dieser Seite unterbunden. Ich sage Anwenden, bestätige das einmal und die Java-Einstellungen wurden geändert. Wichtig ist, der Browser muss jetzt einmal neu gestartet werden. Auch hier bestätige ich mit OK und das wäre die Leitvariante. Jetzt kann ich Java auf meinem System nutzen für Programme, für Spiele, aber nicht eben im Browser. Und im nächsten Schritt möchte ich Java komplett löschen, komplett deinstallieren. Dazu brauche ich zunächst mal das Terminal. Das starte ich mir am schnellsten über Spotlight. Ich gebe einfach Terminal ein oder fange an zu tippen, dann kommt es schon. Mach das jetzt mal ein bisschen größer, dass ihr das gut sehen könnt. Und lasse mir erst mal mit dem Befehl Java-Version anzeigen, was ich denn installiert habe. Zunächst mal schlägt Nitro vor, die Uninstall-Routine zu nutzen. Das funktionierte mit einer älteren Version von Java noch. Jetzt hier in dieser Version, wie sie aktuell zum Download von Oracle angeboten wird, funktioniert das nicht mehr. Ist auch dokumentiert, dass der Schalter-Uninstall nicht mehr funktioniert. Demnach müssen nun die Verzeichnisse manuell gelöscht werden. Ihr könnt das Ganze im Terminal machen. Ich möchte aber Teile jetzt auf den Finder auslagern, einfach um es besser zeigen und nachvollziehen zu können. Ich sage ja einmal, gehe zu und wähle dann Computer. Und hier gehe ich auf meine Macintosh HD. Auf meiner Macintosh HD möchte ich zuallererst in den Ordner Library und dann auf Preferences Pants. Das ist nämlich der Inhalt hier aus den Systemeinstellungen Sonstiges. Ich möchte jetzt hier Java einmal löschen. Könnte es natürlich auch mit der rechten Maustaste Systemeinstellungen Java entfernen machen. Aber ich will einmal hier über den Finder gehen und das Ganze dort löschen. Markiere es also, drücke Command und Backspace zum Löschen oder ziehe es alternativ auf den Papierkorb. Bestätige dann mit meinem Kennwort und weg ist es. Und nun findet es sich auch nicht mehr in den Systemeinstellungen. Das sagt auch Oracle, dass wir das so tun sollen. Haben wir gemacht. Punkt erledigt. Ich schließe das Finder Fenster nochmal zur Nachvollziehbarkeit. Gehe wieder auf Gehe zu Computer. Und gehe wieder in die Macintosh HD, in den Library Ordner und jetzt in Internet Plugins. Und dort findet sich das Java Applet Plugin.plugin. Auch das lösche ich einmal. Bestätige wieder mit meinem Kennwort. Und soweit sagt auch Oracle, dass wir vorgehen sollen. Das war es aber noch nicht. Ich gehe jetzt mal zurück. Ihr wisst ja, wo ich bin. Hier auf meiner Macintosh HD. Und gehe nochmal in Library. Und wähle jetzt hier die Launch Agents. Und siehe da, da ist noch ein Link zu einem Java Updater. Also er würde noch weiterhin nach dem Update suchen. Auch der kommt bei mir raus. Dann mache ich den Ordner wieder zu. Und schaue in die Launch Demons. In den Launch Demons finde ich ebenfalls von Java die Helper Tools. Die lösche ich ja auch einmal raus. Wer sich nun fragt, was die Launch Agents, Launch Demons sind, dazu findet ihr auf idomics.de und in meinem Kanal ein eigenes Video, wo ich auf die Autostartobjekte vom Mac sehr detailliert eingehe. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Die Autostartobjekte sind also auch bereinigt. Und da fällt mir doch sofort der Ordner Java hier auf, wenn wir im Ordner Library sind. Und hier schaut ihr bitte einmal in die Java Virtual Machines, ob es da was drin ist. Bei mir jetzt nicht. Das bitte auch rauslöschen, was da drin ist. Der Ordner an sich, der kann bleiben. Da er vom 27.06.2013 ist, das hat mit unserer Installation vom vorherigen Video nichts zu tun. Ich gehe wieder zurück auf meine Macintosh HD und gehe jetzt in den Ordner System. Dort in den Ordner Library. Und finde auch hier einen Ordner Java. Da handelt es sich jetzt allerdings nicht um das, was wir vorher installiert haben, sondern das ist das, was von Apple mitkommt. Wenn ihr das installiert habt, ich möchte es einmal komplett löschen. Hier im Video geht es ja um das komplette Löschen. Klicke also auf Java, Java Virtual Machines und kann das 1.6.0 einmal löschen. Gehe einmal zurück. Und wer sich jetzt an diesem Ordner hier komplett stört, kann ihn auch weglöschen. Hauptsache in den Virtual Machines habe ich das JDK rausgelöscht. Im Anschluss macht ihr bitte einmal einen Neustart, damit die Java Helper Tools und die Java Update Prüfung nicht mehr gestartet sind. Ihr könnt sie alternativ auch die Prozesse beenden, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. Macht einfach einen Neustart. Damit geht es am schnellsten. Und im Anschluss könnt ihr nochmal im Terminal prüfen mit dem Befehl Java-Version, ob ihr denn nun Java installiert habt. Und ihr seht, NoJavaRuntime ist installiert und er möchte jetzt das Entwicklerpaket installieren. Das möchte ich nicht. Jetzt haben wir Java völlig deinstalliert, völlig vom System gelöscht und damit ist die Frage hoffentlich beantwortet. Noch ein kleiner Hinweis für zukünftige Folgen. Bitte schreibt über idomics.de slash Kontakt und nicht via YouTube, da das Ganze für mich an der Stelle einfacher ist. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich. Einen Daumen hoch wäre wie immer super. Ein Abo ebenfalls. Und das Teilen in den sozialen Netzen wäre wirklich klasse. Schaut auch in meinen Kanal und auf idomics.de. Dort findet ihr viele weitere Tutorial-Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. idomics IT-Support. Macht's gut. Ciao.